Zusammen mit Gemeinsam für Afrika reisen wir nach Sambia. Im Fokus haben wir die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Wir treffen Menschen und Projekte. Und wir schauen uns an, wie die Ziele vor Ort umgesetzt werden. Begleitet uns auf unseren Kanälen auf dieser Reise, um gemeinsam für eine gerechte Welt einzustehen.